No matter how hard I try, try Ich guck, wie siehst du noch mal aus? Du hast so eine Kappe, ne? Ich hab eine Kappe und ich bin fett. Und ich hab einen Bart. Scheiße, wie malt man denn ein Baby? Ich hab noch nie ein Baby in Real Life gesehen, keine Ahnung. Same. Scheiße, das sieht nicht aus wie ein Baby, oder? Wie sind denn Babys geformt, Alter? Wie ein Mensch, bloß ein Kleiner. Also, wie gesagt, da seh ich nicht fischen. Du meintest, gell? Du meintest, du bist fett? Ah, nee, du Sau. Du meintest, du bist sehr fett? Ich wusste noch nicht, wie mein Baby war. Alter, das ist ein Embryo, oder? Tika, was ist das? Theo fängt ein Baby in meinen Baby. Ich hab das Halbblätter nicht ganz gefühlt, aber gut. Guck mal, wie die Schattierungen gemacht haben. Also, du hast Schattierungen gemacht, was zum... Ja, äh. Räckiger Penner. Theo esst Fischies Scheiße und findet es sehr lecker. Ich kann dir nicht versuchen, zumindest, in Richtung zu gehen, dieser Schärfraum. Ja, denn jetzt... Oh, nein! Oh, yummy! Oh, ich wollte doch einfach nur, dass immer ein wenig das wird. Oh, Matteo, aus deinen Koten erschafft er ganz gerne den von Fisch knurken. Oh, das ist schade. Oh, das habe ich in Ewigkeit nicht begürzt, das Wort. Also, ich wollte eine grüne Lippen und jagte einen Döner. Ja, ich hatte einen Döner. Eine türkische Pizza. Wieso hat Anni, äh, Hörner? Vor allem war er blau. Ja, nee. Wo blau? Anni schneidet Gratwurst mit. Und hat Augenkontakt mit dem... Stimmt, das sieht aus wie so Cocktails. Ja, also, ey, guck mal, an der Stelle, ne, an alle Gorillas da draußen. Sorry, Alter. Das ist mein Kackfest hier. Ist die Spinne eigentlich, also, Berufsalkoholikerin? Ich meine, so wie das Netz da geworden ist. Junge, scheiß mal auf das Netz. Was ist mit dem einen Bein unter der Titte, Alter? Schmeißt mir Scheiße auf Mensch. Ja, ey. Wow. Und zieht sich das durch? Nice. Ein ägyptischer Affe. Oh, wie. Ich wirklich gar nicht. Weil ich lieb's einfach, mir die Mühe zu geben. Versteht ihr? Für euch mal was zu entwerfen. Mal irgendwie die kreative Muse mal raufzucken. Halt die Fresse, bitte. Halt auf die Fresse. Alles klar. Junge, heute sind wir irgendwie alle auf Krawall gebürstet. Krawall gebürstet? Bist du jetzt 40, Burrito? Oder was ist das? Aber kurze Frage, was ist das für ein... Ist das grüne Geld? Ja. Das ist doch ein Cash. Ah. Ich wollte noch Dollarzeichen drauf. Jemand hat Gießkanne und guckt Weihnachtszeit. Jemand hat eine Gießkanne. Stark. Oh, Junge. Stark. Das war eine große Gießkanne. Mucki Feuerwehrmann trägt Rewe aus brennendem Haus. Ich habe mich selber aus Versehen wie eine Oma gemalt. Aus Versehen. Was ist das wirklich dumm? Warte. Was? Warte. Okay. Was? Ähm. Was? Oh, nee. Brennt es wohl nicht. Schale uns Boot mit roter Fahne in Wasser und Sonne. Ich habe meinen Satz recht. Ich beschreibe mal ganz genau, was ich sehe. Nein, ich habe Brot gelesen irgendwie. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Was? Mini-Goldflot. Oh, no. Viel Heft. Neothea-Müßt-Meng. Danke, Mauki, auch für diesen wertvollen Beitrag. Es tut mir so leid. Oh, nein. Oh, nein. Was war denn da bei dir los? Was war denn da bei dir los? Was Papa Fies ist Wurfstern? Irgendwie, Wurfstern sehe ich auch oder so eine Kreissäge oder so. Was? Alter. Das ist wieder Revi. 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 Oh mein Gott. Stockgarn erschießt die Zeit. Stockgarn. Eine Frau, die aussieht wie ein Stock. Nein! Okay, warte, warte. Komm, was zu erklären, Revi. Revi. Weißt du, was so Stockbilder sind so? Ja, ich weiß, aber... Okay, okay. Ja, das ist doch so. Ist das denn da das funktioniert? Ist doch so ein Stockgarn so. No, borde mac. Oh my God. Ach, ich hör dir doch mal rechts ... ... analyses lacher reveals. conspiratorischen sch civilianismus ... Du schnarchstuierst von Monet. Das клetieren schnarchstuhl auf Moki. Von Ran. Von Ran. Vad an toren die動. Danke, Phoenix, für das dein Rate보imin generier. Oh! Oh .... Oh, der Hund wird vom Knackst детis. Das kam bei mir nicht an. Bei mir auch nicht, ich bin ehrlich. Uns Kuss nehmen, Alter. Was? Becker, warum ist Anni ein Einhorn? Nein, das sind ihre Katzen. Guck mal, hört mal zu. Anni guckt Revi von der Seite an. Anni guckt Revi von der Seite an, hat ein Herzauge, aber man sieht nur die Hälfte des Herzens. Mann. Anni, warum hast du die Hälfte rumkommt? Sorry für die falsche Schreibweise. Oh nein. Bitte, Pia. Okay, gut. Oh, voll cute. Das ist echt cute. Anni liebt Revi. Eigentlich hast du mich gar nicht verzeichnet, ist egal. Ja, also Anni. Ja. Danke. Anni erschießt Revi mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln. Anni, Anni, du hast dich noch alles richtig gemacht am Ende. Wow. Anni erschießt Revi mit Liebe und Genuss in voller Freude. Es wird immer was. Oh Gott, ich liebe es. Anni erschießt. Sehr glücklich. Die ist aus dem Bekommen, Revi. Die ist aus dem Bekommen. Oh mein Gott, die ganze Pfeffer. Warum hat sie ihn bat? Zucker. Ich wusste nicht. Ich dachte, ist das ein Banküberfall oder so. Nein, du klaust Donuts. Deswegen habe ich... Du hast ihn gerade fett genannt. Soll das auch sein? Morito auf Dom klaut. Den Strand habe ich irgendwie ein bisschen ausgetracht. Seht ihr diese Augen? Diese leeren, seelenlosen Augen. Oh mein Gott. Er ist gekommen, um es morgen wieder zu machen. Er will einfach nur tüten. Ich brauche das. Take on einmal rein. Ich heff. Er will einfach nur tüten. Ich heff. Bis zum nächsten Mal.